Beim Lernen kommt mir gerade ein Zitat, ich glaube es ist von Gandhi, das einfach heisst, man muss so leben, als würde man morgen sterben, aber so viel lernen, als würde man ewig leben. Lernen bedeutet mich auf zwei Seiten, erstens zum Beispiel das Lehrmittel, das ich geschrieben habe, und auf der anderen Seite heisst es Lernen für mich, auch mich selber, immer weiter zu entwickeln. In meiner Freizeit wandere ich sehr viel, das Wandern, das Bergsteigen, das Berggehen hat für mich sehr viele Parallelen, die Überwindung, zum Beispiel wenn man früh ins Berg geht, es ist nicht immer angenehm am Morgen früh aufzustehen, aber wenn man dann mit einem wunderbaren Sonnenaufgang belohnt wird von diesem Abenteuer und am Schluss natürlich, wenn man dann auf dem Gipfel steht und eine gute Bergtour hinter sich hat, die Freude, die man in sich selber spüren tut. Untertitelung des ZDF, 2020